Die Damen, die Herren, herzlich willkommen zu Worlds of Magic, einem Spiel, das anknüpfen möchte an große Vorgänger wie Masters of Magic, Age of Wonders, Fallen Enchantress und Eador. Ich werde euch heute die Einzelspieler-Variante zeigen. Das Spiel ist noch in der Beta-Version, also wenn euch die Grafik noch nicht gefällt, wenn ihr sagt, es klemmt hier noch, es klemmt da noch, es ist die Beta-Version, aber glaubt mir, dieses Spiel hat großes Potenzial. Als allererstes können wir unsere Welt auswählen, wir können auswählen, wie diese aussehen soll, wie viel Land, wie viel Wasser sie haben soll, wir können eine Elementarebene zuschalten. Wer Age of Wonders oder Masters of Magic gespielt hat, kennt das Prinzip, man kann zwischen den Ebenen wechseln und die Ebenen sind zum Beispiel teilweise kraftvoller, was die Mana-Gewinnung angeht, dafür laufen dort auch gefährlichere Viecher rum. Und hier ist es so, dass es zusätzlich der Punkt ist, dass man hier mehr Gold findet, dafür schlechter produzieren kann und in der Schatten-Ebene kriegt man mehr Kraft, dafür kriegt man weniger Essen für die Bevölkerung. Wir können die Anzahl der Gegner auswählen, aktuell geht es bis 5, wir können die Größe der Welt wählen, wir lassen es jetzt mal beim Medium, einfach weil es zum Laden schneller geht und wir wählen eine Faktion. Wir haben die Auswahl zwischen Menschen, quasi so das Mittelfeld, keine zaubernden Einheiten, keine Spezialisierung, dafür keine besonderen Schwächen und solide Grundeinheiten. Wir können Untote nehmen, der Mann sieht hochmotiviert aus, sehr starke fortgeschrittene Einheiten, dazu zählt er offensichtlich nicht, keine Unzufriedenheit, ja glaube ich, der Mann sieht nicht aus, als wäre er groß unzufrieden, einfache Wirtschaft, der ist nichts, der verlangt kein Geld, der ist einfach dabei. Befindet sich im Krieg mit jedem, ja, Knochenköpfe mag keiner, können mit anderen Rassen nicht zusammenarbeiten, macht keiner und sie brauchen verdorbenes Land um sich herum. Ja, der sieht ganz nett aus, mit dem könnte man mal ein Bier trinken gehen, wenn er denn überhaupt was trinken sollte, aber schauen wir mal weiter, was es noch gibt. Elfen, ha, die erzeugen zusätzliche Kraft aus der Bevölkerung, sind sehr mobil, klar leichte Füße, man denkt an Legolas. Ähm, schlechte Fortpflanzung, schwer zu glauben, da diese Leute eigentlich am meisten von Bienchen und Blümchen verstehen sollten und sehr zerbrechliche Einheiten, es sind halt Spargel. Okay, und Draconianer, die kennen wir aus Masters of Magic, da konnten sie fliegen und damit beginnt es auch, all units can fly und wie man so schön sagt, da hatten sie mich auch schon, denn wer fliegen kann, ist klar ein Vorteil, Mobilität gewinnt den Krieg, hat schon Napoleon gesagt und der muss es wissen. Ähm, auch die erzeugen zusätzliche Kraft aus der Bevölkerung, sie wachsen dafür sehr schlecht, kein Wunder, weil einfach die Drachen die Eier legen und so ein Drache legt nicht jedes Jahr ein Ei. Sie haben weniger Truppen zur Verfügung, das hängt wohl auch mit der schlechten Fortpflanzungsrate zusammen und sie sind schnell unzufrieden. Das glaube ich, weil, wie man so schön sagt, hat ein Drache keinen Sack voll Gold unterm Bauch, wird er unzufrieden. So, dann nehmen wir diese Jungs hier und dann gehen wir auch schon auf die Zauberer. Ich nehme Gelb, warum wird ganz am Ende verraten? Wir haben Vorteile, wir haben Nachteile, der einzige Nachteil, den ich gefunden habe, den ich ohne Zögern nehmen kann, ist Asket. Nicht, dass ich ein Asket wäre, aber ich kriege einfach nie 1000 Gold zusammen. Fragt meine Frau, Geldsachen, ich bin fürchterlich. So, wir nehmen den Erzmagier für mehr Zaubern, wir nehmen den Schlachtmagier für noch mehr Zaubern in der Schlacht, wir nehmen den Händler, weil, wie gesagt, ich leichte Nachteile im Bereich der Heilung, äh, im Bereich des Geldes habe. Ich nehme den Kriegshahn, weil zwei mehr Level als die anderen ist immer von Vorteil. Alles, was man an Top hat, ist immer hervorragend. Und was ich noch nehme, ist der Expansionist. Weil Abpflanzung und Ausbreitung einfach wichtig, besonders für unsere Jungs, da die ja eh schon schlecht wachsen. So, ähm, ich nehme jetzt einfach mal spaßeshalber aus jedem Zirkel 1 und aus den Herumliegenden nehme ich aus dem Bereich Erde als Hommage an meinen besten Freund Alex, der einen Erdmagier spielt, bevorzugt. So, Sprüche, oh, wir können noch ein Bild auswählen. Nein, nein, uh, nein, ein, ja, definitiv ja. Da werfen wir doch gerne ein Auge drauf. So, Sprüche, und jetzt haltet euch fest. Schaut, wie viele Sprüche es gibt. Zu jeder dieser Zauberschulen, ihr fallt von den Socken. Ist das nicht der helle Wahn? Ist das nicht wundervoll? So, wir nehmen was zum Leute in die Luft sagen. Nein, wir nehmen Bluten. Warum? Wir können fliegen die anderen nicht. Wir lassen den Gegner bluten. Und dann warten wir ab, was passiert. Deswegen nehmen wir Bluten. So, in diesem Bereich nehmen wir Heilung, weil Heilen ist wichtig. Aus diesem Bereich nehmen wir die fruchtbare Erde. Oh, wir könnten auch... Was ist das hier? Keen Edge. Das erhöht wahrscheinlich die Chance, dass wir kritisch treffen. Das ist eine nette Idee. Oder unheilige Energien. Gute Frage. Wir nehmen jetzt einfach mal die heilige Waffe. Zum Beschwören nehmen wir diesen kleinen Heilungsspezialisten. Wir nehmen die Steinhaut. Hier nehmen wir das sich selber angreifen und aus dem Erdbereich nehmen wir den Riesenwuchs. Und schon geht's los. So, das ist unsere kleine Welt. Jetzt wird wieder der Spruch kommen, die Grafik ist fürchterlich. Es ist eine Beta. Und Punkt 2. Wir sind hier nicht wegen der Grafik, sondern wegen der Spielidee und wegen der Möglichkeiten. Wenn ihr Grafik wollt, macht es Fenster aus, guckt aus dem Fenster, da gibt es ein Museum. Ja, gibt es Bilder, könnt ihr angucken. So, was sehen wir hier? Unser Gold, unser Essen, unser Mana. Hier ist unsere Minimap. Wenn wir über die einzelnen Felder gehen, dann seht ihr, dass unten angezeigt wird, welche Produktion, welche Fortpflanzung und welchen Nahrungsbonus es gibt. Könnte also schon mal interessant sein. Als allererstes werfen wir mal einen geschickten Blick in unsere Stadt. Die können wir uns entweder gleich auf der Karte anzeigen lassen, wir können uns die Grobansicht anzeigen lassen oder wir gehen einfach mal direkt in die Stadt rein und gucken sie uns an. Pro 4000 Mann Bevölkerung kriegen wir einen Arbeiter. Aktuell werden zwei Arbeiter gebraucht, um die Stadt zu ernähren und zwei stehen frei. Diese beiden Arbeiter könnten wir jetzt zum Beispiel in Handwerker verwandeln, die uns helfen, Sachschneller zu bauen. Ihr seht die Anzahl der Hämmer hier geht hoch. Geld, Kraft, Essen, Produktion, Forschung und negative Energie, die wir aktuell nicht brauchen, weil wir ja keine Untoten sind. Ihr seht, wir können hier jede Menge Gebäude bauen, indem wir da draufklicken und ihr seht, die Gebäude brauchen unterschiedlich viele Hämmer und unterschiedlich viel Unterhalt. Ich nehme als allererstes, egal bei welchem Spiel, ob Civilization, Age of Wonders, nennt es, ich baue es, ich baue immer einen Kornspeicher. Kornspeicher ist toll. Ihr seht, ohne die Arbeiter braucht er 23 Runden, mit den Arbeitern braucht er nur 9, also ist das schon mal eine gute Wahl. Wir können auch Einheiten bauen, Siedler und Pferdensucher. Wir bleiben erstmal bei den Siedlern. Zum Glück kostet es hier keine Bevölkerung, Siedler zu bauen. Wer Age of Wonders 3 gespielt hat, der weiß, baue einen Siedler und entvölkere die Hälfte deiner Stadt. Nicht gut. So, dann gehen wir mal in den Forschungsbereich. Wir sehen aktuell, wir haben ja Sprüche zur Auswahl. Es mangelt ja nicht an Sprüchen. Der einzige Problem ist, das einzige Problem ist, es kostet 30 Mana, um es zu zaubern. Und wir sind gerade so trocken wie ein Alkoholiker auf Entzug. Und deswegen hauen wir mal alles in unsere Mana, bis auf zwei Punkte. Die hauen wir in die Forschung. Damit wir zumindest irgendwas erforschen. Ihr seht, hier sind die Sprüche, die wir zur Auswahl haben. Und ich nehme mal die unheilige Waffe. Ihr seht, 60 Runden, das ist eine Zeit. Es sind jetzt nur noch 8 Runden. Lässt sich das vielleicht sogar ein bisschen nach unten schrauben. Ja, das ist doch okay. Jetzt klicken wir hier oben drauf. Dann ist es gelockt, also eingerastet. Und dann können wir quasi die anderen Punkte zwischen diesen beiden hin und her schieben. Aktuell werden alle Einheiten beschworen in Drackendale. Das ist unsere Heimat. Und aktuell zaubern wir keinen Spruch. Wie denn auch, wir haben kein Mana. Wir könnten etwas kraften, also etwas herstellen. Ein Gegenstand. Ihr seht, man kann Reichweiten, Waffen, Schilde, Rüstungen, Helme. Und also, guckt euch an. Die helle Auswahl, die helle Freude. Und jetzt kommt der Punkt, euch wird das bekannt vorkommen. Rüstungsklasse, maximaler Geschicklichkeitsbonus. Ja, das erinnert alles furchtbar an D&D. Und das ist gut. Das ist kein Fehler bei den Besten zu lernen. Wir könnten Mana in Geld umwandeln. Wir könnten es auch umdrehen. Aber wenn ihr jetzt mal guckt, wie viel Gold wir in Mana umwandeln, da sind wir ja arm, bevor wir Mana zur Verfügung haben. So, wir könnten zwischen den Welten rumwechseln. Das machen wir natürlich nicht, weil aktuell haben wir nur eine. Und dann schauen wir mal weiter. Sachen herstellen brauchen wir nicht. Zwischen den Ebenen wandeln brauchen wir nicht, weil wir ja gerade mal eine Ebene haben. Diplomatie, mit wem sollen wir reden? Wir kennen noch niemanden. Wenn ihr mal hier drauf guckt. Hier hat das Silber jetzt. Das heißt, wenn unsere Stadt etwas wächst, dann hätten wir Zugriff auf Silber, dann würde es mehr in der Kasse klingeln. Hier ist unser Zauberbuch. Sprüche machen macht gerade keinen Sinn. Also klicken wir auf unsere Truppen. Und da sehen wir unsere Truppenübersicht. Wir haben zwei Tracker. Wir haben Erfahrung, Lebenspunkte, Schaden, Reichweiten, Schaden, Magischen Schaden, Rüstungsklasse, Widerstandswurf, Ausweichen, Willenskraft und Bewegung. Es sind drei Typen, deswegen drei Punkte. Es gibt zum Beispiel Einheiten, die bestehen nur aus einer einzigen Figur. Oder es gibt Einheiten, die bestehen aus mehr als drei Figuren. Hier ist der Unterhalt. Ein Essen, ein Gold. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir einen unserer Arbeiter trotzdem abstellen, um Essen herzustellen, weil unsere Jungs sonst im Feld verhungern. Wir könnten sie entlassen. Wir können hier auf Locate klicken. Dann wird es uns angezeigt, wo sie gerade eben rumstehen. Fähigkeiten haben sie leider nur Toughness, also Widerstand. Das heißt, zwei mehr Lebenspunkte anstatt von 40 und 42. Und diese Werte erinnern noch mehr an D&D. Aber das ist gut, wie gesagt. Und ihr seht, sie machen schneidenden Schaden. Und gewöhnlich, also nicht magisch. Wenn wir in irgendeinen Geist kommen oder so, dann haben wir verloren. Vorteil ist, wenn wir an ein Skelett kommen, wir machen keinen Pieksschaden, also keinen Stichschaden. Das heißt, wir machen zumindest irgendwas. So, und da es hier hinten irgendwo leuchtet, fliegen wir doch da gleich mal hin. Vielleicht geht da ja irgendwas. Man weiß es ja nicht. So, mehr bewegen können wir uns offensichtlich gerade nicht. Oder können wir noch einen Bewegungspünktlein raushauen? Nein, das war's. Gut, dann klicken wir mal auf nächste Runde. Wir sehen da schon was glitzern. Jetzt ziehen alle anderen und wir sind wieder dran. Und seht mal an, da ist doch tatsächlich was. Gold! Und dann ist hier eine kleine Hütte, die bewacht wird von einem Wasserelementar. Das ist aktuell nicht so toll, weil gegen ein Wasserelementar haben wir relativ wenig Chancen. Also fliegen wir mal weiter. Ich habe früher oder später die Erfahrung gemacht, dass wir Schwierigkeiten kriegen mit der Bewegung unserer Einheiten. Ich nehme an, dass es an der Beta liegt. Mehr weiß ich dazu noch nicht. Wir sehen, es hat hier äußerst ertragreiche Gründe. Jetzt werdet ihr fragen, was ist Urikalkum? Ich könnte es euch nicht sagen, wenn ich mein Leben davon abhänge. Wir sehen, hier hat es eine weitere Festung. Die wird bewacht von Araorcs. Das sind wahrscheinlich Fernkämpfer. Eine Menge davon. Also sind wir auch hier nicht ganz da, wo wir hinwollen. Also drücken wir wieder an die nächste Runde. Und fliegen einfach mal in die Richtung. Da hat es noch mehr von diesen Urikorum, was immer das ist. Hier können wir uns selber angucken. Ein wunderschönes Bild. So. Available, also verfügbare Ressourcen. Urikalkum. Ich habe keine Ahnung, was Urikalkum ist. Es geht mir nicht auf. Aktuell finde ich hier keine Hilfe-Funktion. Das heißt, es gibt auch nirgends, wo wir nachgucken könnten, was das ist. Damit müssen wir aktuell einfach mal leben. Das hier ist ein Punkt, wo man woanders hinspringen kann. Ein Teleportationspunkt. Dann könnten wir quasi die Ebene wechseln. Oder vielleicht auf dieser Ebene hin und her teleportieren. So. Es gibt einen Mana-Notstand. Das heißt, aktuell können wir kein Mana erzeugen. Power 0. Das heißt, wir forschen nicht. Wir erzeugen kein Mana. Zum Glück haben wir aktuell keinen Spruch aktiv. Der würde nämlich sonst einfach zusammenklappen. Hier sehen wir ein Verlies. Bewohnt von einem Efret. Wer sich mit orientalischer Mythologie auskennt, weiß, dass das ein Feuergeist ist. Einem Wasserelementar. Rangern, Speerwerfern, Armbrustschützen, Berserkern und Schwertkämpfern. Da sind wir mit unseren beiden kleinen Forschertypen ein wenig im Hintertreffen. Also werden wir die auch in Ruhe lassen. Kommt Zeit, kommt Keule, sage ich immer. Und wir sehen hier eine Stadt. So, die Magie fließt wieder normal. Das ist sehr, sehr schön. Was wir jetzt hier mal machen können, ist, wir können mal einen Spruch raushauen. Und zwar schauen wir, was die Sprüche im Einzelnen machen. Die hier geben einen Bonus auf die Rüstungsklasse. Die hier geben Schaden und Trefferchance-Bonus. Aber der Punkt ist, es kostet kein Unterhalt. Dafür wird es nur 5 Runden. Das ist relativ wenig. Und dann gibt es hier noch die Riesenstärke. Plus 4 Stärke. Das würde in meinen Augen heißen, plus 4 Schaden. Dann zaubern wir das mal. Nächste Runde können wir das hoffentlich raushauen. So, jetzt schauen wir mal, ob das gewirkt hat. Ja, nein. Ja, Chines. Hier, Chines Trends. Wenn wir jetzt den Schaden angucken zur normalen Einheit, hat sich jetzt nicht so furchtbar viel getan. Aber wir sind mal nicht undankbar. So, jetzt ist die Frage, wie ist das Ding hier verteidigt? Den Kampf werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber es geht hier auch nicht ums Gewinnen von Kämpfen, sondern es geht darum, dass ich euch alles zeige. Also zeige ich euch jetzt noch den Kampf. Danach sind wir wahrscheinlich E-Asche. Und dann rücken wir mal vor. In der Theorie können wir fliegen und die nicht. Das heißt auf gut Deutsch, wir sind diejenigen, die am Zug sind. Ihr seht, es ist ein relativ großes Schlachtfeld, was ich sehr, sehr gut finde. Ich hasse kleine Schlachtfelder. Die nehmen taktische Mobilität. Es gibt Hindernisse, die man ausnutzen kann. Unsere Gegner, wenn wir einen Blick darauf werfen, sind Speerträger. Die kämpfen genauso schlecht wie wir, haben sogar eine schlechtere Rüstungsklasse, sind langsamer. Dafür sind es einer mehr als wir. So, die machen Stichschaden. Ansonsten sind die relativ traurig. Was wir mal gucken ist, ob wir denen irgendeinen Spruch um die Ohren hauen können. Ha! Wir könnten die zum Beispiel schon einfach mal bluten lassen. Bluten die jetzt schon oder bluten die nicht? Nö, sie haben widerstanden. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das versuchen wir doch gleich nochmal. Der Spruch ist ja günstig. Und auch hier haben sie wieder ihren Rettungswurf geschafft. Es ist widerlich. Aber wir geben nicht auf. Okay. Ich denke, wir geben mit diesem Spruch auf und hauen ihnen als nächstes irgendwas anderes um die Ohren. So, was haben wir denn noch im Angebot? Ja, jetzt können wir nur noch den Spruch zaubern, weil wir einfach keinen anderen mehr zur Verfügung haben. Oh, die kriegen Schaden. Offensichtlich ist unser Spruch einmal durchgegangen. Jetzt schauen wir mal, ob die nächste Runde noch ein weniger haben. Ja, sie verbluten! Haha, wir müssen gar nichts tun. Wir können unsere Truppen sparen. Ah, jetzt bluten sie nicht mehr. Okay. Wo ist der Mann mit der großen Keule? Oh, offensichtlich kann man nicht an Feindeinheiten vorbeifliegen, ohne einige Backen zu kriegen. Und jetzt hauen wir den mal in die Nuschel. Wir machen 15 Schaden. Die machen keinen. Die sind tot. Und wir haben gewonnen. Und 150 Erfahrungspunkte abgegriffen. Ist das nicht toll? Wir nehmen die Stadt natürlich. Und wir haben 3 Gold gewonnen. So, in der Theorie müssten wir jetzt diese Stadt zu unserer Kontrolle haben. Sehr schön. Und das haben wir auch. Bedauerlicherweise haben wir nur einen einzigen Farmer hier. Unsere Leute haben also wohl jemanden getötet, als sie hier eingerückt sind. Und was brauchen wir als allererstes? Eine Halle der Handwerker, weil die quasi alle anderen Gebäude benötigt. 84 Runden. Wisst ihr was? Wir lassen die einfach mal eine Runde basteln. Und dann kaufen wir den Rest. Oh, Moment mal. Die können was anderes bauen. Was sind denn Ingenieurs? Oh, sehr schön. Die können Sachen bauen. Klar, die bauen Straßen, weil wir brauchen keine Straßen. Weil wir sind ihre Dräkonomie. Wir fliegen ja bekanntlicherweise. So, das heißt, wir klicken hier auf nächste Runde. Sehr schön. Da hat sich nichts geändert. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, ich meine, ich habe das Spiel jetzt noch nicht so viel gespielt, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass die Sachen manchmal weniger stark bevölkert werden mit der Zeit, beziehungsweise verlassen werden. Und das könnte ja durchaus zu unserem Vorteil sein. So. Eigentlich müsste unser Mana langsam mal wieder ansteigen. Das tut es aber irgendwie nicht. Wenn ihr mich jetzt fragt, warum, ich könnte es euch nicht sagen. So, hier ist was gebaut worden. Ja, unser Kornspeicher ist fertig. Und als nächstes hätte ich gerne einen Siedler. Sehr schön. Wie entwickelt sich die Sache hier? Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Aber es wird schon werden. Es wird schon werden. Die Frage ist, warum kriegen wir hier kein Mana zusammen? Trotz all unserer Bestrebungen. Es könnte entweder heißen, dass gerade irgendein Umstand am Laufen ist, von dem wir nichts wissen. Ich nehme an, Fame, das ist das, was hier unten steht. Wenn das größer wird, dann bieten sich uns Helden an. Ah, jetzt kommt wieder Mana. Jetzt kommt wieder Mana in den Pool. Sehr schön. Das wird immer noch zu hart bewacht. Also rücken wir mal weiter vor. Wobei ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass ich euch gezeigt habe, was ich euch zeigen wollte. Das heißt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt mir Bescheid. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich mal gegen die Höllenhunde, Schwertkämpfer, Speerwerfer, Zauberer, Wehrwölfe, Elementaristen und Wasserelementare antrete, einfach mal nur zeigen, was es gibt, dann lasst es mich wissen und ich werde euch zeigen. Wenn es Fragen gibt, gerne. Wenn ein Let's Play gewünscht wird, gerne. Ansonsten schreibt mir, lasst es mich wissen. Eine letzte Ankündigung möchte ich noch machen. Warum habe ich Geld genommen? Ganz einfach. Es gibt etwas, worauf ich hinweisen möchte. Und zwar auf einen Blog, an dem man interessante Sachen nachlesen kann, sich Denkanstöße holen kann. Der Blog heißt der Hackerling. Ich werde den Blog posten. Seid unbesorgt. Es ist nicht von mir, auch wenn der Name verwandt klingt. Er ist es in gewisser Hinsicht auch. Ich kann aber so viel sagen, es ist nicht mein Vater. Es ist sehr, sehr empfehlenswert. Es ist sehr geistreich. Es sind Anstöße zur Weltpolitik, Lokalpolitik oder zu allgemeinen Dingen von jemandem, der die Weisheit besitzt, sich dazu auch äußern zu können und zu dürfen. So, dann bis auf weiteres. Ich würde mich freuen, euch zu lesen. Tschüss.